Also V4 ist immer gut. Ja, absolut super. Die Leute passen, die ganze Stimmung hier dran. Ja, die familiäre Stimmung kann man sagen. Weißt du, was schöne Tour ist? Die schöne Fahrt durch die Wälder und Wiesen und so weiter, das ist ganz angenehm. Das ist ein ruhiger, entspannter Tag. Weil es jedes Mal Spaß macht und weil wir schon dreimal gewohnt haben. Weil es einfach fett zum Gaudi ist und weil sie es immer so schön organisieren. So ist es egal, wenn man keinen Pokal kriegt. Alles ist trotzdem lustig. Ja, die Auffahrt mit dem Schnierl am Auto gebunden mit der Kette als Valance, das war eigentlich das Spannendste. Und es ist viel gefordert worden, auch fahrerisches Können. Am lustigsten war die Aufgabe mit dem Ei, weil ich das nicht unter Kontrolle gehabt habe. Das war sehr gemütlich. Das Publikum war erfrischend freundlich und bayerisch und die Brotzeit am Abend war auch in Ordnung. Also wir sind heute in der zehnten Klassik-Rallye im Verkehr dabei gewesen. Ich glaube schon zum fünften oder sechsten Mal. Über den siebten Platz sind wir noch nie rausgekommen. Und heute werden wir es auch nicht geschafft haben. Aber die Gaudi ist jedes Mal riesengroß. Und was ich da schön finde, da kannst du eigentlich mit jedem, der da mitmacht, unterhalten. Das finde ich einfach toll. Darum fahren wir immer da bei uns wieder. Und natürlich, wenn es so ist wie heute, ist das umso schöner.